Willkommen, schön, dass Sie dabei sind bei einem Aktionär-TV-Interview. Wir blicken jetzt auf diverse Biotech- und Pharmaunternehmen, denn diese setzen momentan alles daran, schnellstmöglich das Coronavirus in den Griff zu bekommen. Dabei setzen die Firmen unter anderem auf Medikamente, die bereits in der Erforschung sind oder sogar gegen andere Erkrankungen bereits eingesetzt werden. Über dieses Thema spreche ich jetzt mit einem Kollegen aus der Aktionär-Print-Redaktion, mit Michel Döpke. Hallo Michel, du bist ja gerade im Homeoffice und deshalb jetzt mal telefonisch zugeschaltet. Wir beginnen mal mit Gilead, denn da setzt man auch große Hoffnungen darauf, auf dieses Unternehmen. Welche Pfeile hat Gilead denn im Köcher und wann ist hier mit Ergebnissen vielleicht hinsichtlich einer Wirksamkeit zu rechnen? Ja, guten Morgen, Marco erst mal. Gilead ist ganz gut unterwegs, was den Wirkstoff Remdesivir angeht. Und in vielen Publikationen ist die Rede von dem Wirkstoff. Den Wirkstoff gibt es schon länger. Gilead hat ihn ursprünglich zur Bekämpfung des Ebola-Virus entwickelt gehabt. Und Gilead ist eigentlich für HIV und Hepatitis C-Medikamente bekannt. Und Remdesivir erlebt nun jetzt gerade in dieser schwierigen Situation mit dem neuartigen Coronavirus entpuppt sich Remdesivir nun als einer der größten Hoffnungsträger im Kampf gegen das neuartige Coronavirus und die dadurch entstehende schwerwiegende Lungenentzündung. Die Gesellschaft rechnet mit Studiendaten jetzt in den kommenden Wochen. Also die klinischen Studien sind bereits angelaufen, würden auch ganz gut verlaufen, dem Vernehmen nach. Und das Mittel wird einer sehr guten Wahrscheinlichkeit zugesprochen, dass es eine Wirkung zeigen kann. Weil Gilead sich eben auf Laborversuche bezieht, wo das Mittel schon sich als wirksam gegen MERS und SARS-Erreger gezeigt hat. Daher sind die Hoffnungen bei Gilead extrem groß natürlich, dass das Mittel auch gegen das neuartige Coronavirus helfen kann. Es gibt aber noch mehr Hoffnungsträger, Regeneron beispielsweise. Welche Herangehensweise hat dieses Unternehmen denn im Kampf gegen das Coronavirus? Regeneron fährt mehrgleisig. Also Regeneron hat beispielsweise mehrere hundert virusneutrale Antikörper entwickelt und entdeckt. Die möchte Regeneron nun in die Massenproduktion überführen und dann auch klinische Studien mit dieser Cocktail-Therapie, wie Regeneron die Therapieform nennt, beginnen. Aber Regeneron setzt auch auf Kevzara, das ist ein probates Mittel gegen Arthritis, gegen verschiedene Formen der Arthritis. Und auch dieses Medikament möchte Regeneron nun einsetzen und klinische Studien zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus durchführen. Bei der Aktie hat man das gesehen, dass wieder Dynamik reingekommen ist. Die Aktie hatten wenige Anleger zuletzt auf dem Schirm, aber jetzt durch die Coronavirus-Hoffnung haben viele Anleger wieder neue Hoffnung geschöpft, dass Regeneron da auch mit Kevzara oder der Cocktail-Therapie einen interessanten Ansatz finden kann, um zumindest die betroffenen Personen, die eben an dem Coronavirus erkrankt sind, zu therapieren. Aber neben diesen Medikamenten für die bereits Erkrankten wird ja auch intensiv an Impfstoffen gegen das Virus überhaupt geforscht. Mit CureVac und Biontech, da stammen zwei der großen Impfstoff-Hoffnungen sogar aus Deutschland. Wie stehen denn die Chancen hier vielleicht auf einen beiligen Durchbruch? Ja, das ist richtig. Gerade die Tübinger CureVac, die stand sehr in den Schlagzellen zuletzt. Angeblich habe Trump Interesse bekundet. Das Unternehmen selbst hat daraufhin dann gesagt, dass es das nicht gibt und hat das dementiert. CureVac ist aber nicht börsennotiert. Es gibt aber, wie du schon angeschnitten hast, ein börsennotiertes Unternehmen aus Deutschland, nämlich Biontech, die ebenfalls große Hoffnungen verbreiten, dass sie das Virus in den Griff bekommen können und gegebenenfalls auch einen Impfstoff entwickeln können. Biontech setzt dabei auf BNT162, so heißt der Produktkandidat, den Biontech da in der Pipeline hat. Und Biontech möchte da nun auch in kürze klinische Studien starten, was der Konkurrent aus den USA wiederum, Moderna, bereits getan hat. Und Biontech hat bereits sogar Kooperationspartner für den potenziellen Impfstoffkandidaten gegen das neuartige Coronavirus gefunden. Also für China konnte Biontech Fosun Pharma gewinnen als Kooperationspartner und außerhalb von China konnte Biontech Pfizer aus den USA als Partner gewinnen. Und dass natürlich bereits nach so kurzer Zeit zwei solche namhafte Partner bei Biontech an der Tür angeklopft haben, werten wir als sehr positives Zeichen beim Aktionär. Und daher haben wir auch große Hoffnungen in Biontech, dass das Unternehmen durchaus einen Impfstoff auf mRNA-Basis gegen das neuartige Coronavirus entwickeln kann. Biontech setzt aber nicht nur auf einen Impfstoff. Die Gesellschaft hat auch angekündigt, dass man an einem therapeutischen Ansatz arbeitet für bereits infizierte Patienten. Und da wollte die Gesellschaft in den kommenden Wochen weitere Details bekannt geben. Und die Aktie ist ja förmlich zuletzt durch die Decke gegangen, konnte sich binnen weniger Wochen vervielfachen die Biontech-Aktie und zählt eben neben CureVac und der amerikanischen Moderna zu den wohl aussichtsreichsten Impfstoffherstellern derzeit im Kampf gegen das neuartige Coronavirus. Michael, dann vielen Dank für heute. Das war es erst mal. Aber wenn es Neuigkeiten gibt, sprechen wir uns gerne wieder. Danke, Marco. Ja, liebe Zuschauer, das war es für den Moment. Unser kleines Update von diversen Biotech- und Pharmaunternehmen in diesen Corona-Zeiten. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.